Moment mal. Ein Muss für jeden Bergretter-Fan. Der 24-Stunden-Kult-Marathon der Abenteuerserie mit exklusiven Interviews und Reportagen. Das sind einfach Extrem-Einsätze. Ich glaube, wir alle Schauspieler haben so ein Ehrgefühl und sagen, boah, wir wollen alles dann selber machen. Da geht's schon zur Sache dann auch, wenn wir im Flug drehen. Beeilen Sie sich schnell! Das Bergretter-Feiertags-Festival am 2. Oktober ab 20.15 Uhr. 24 Stunden lang. Nur auf Heimatkanal.